Wir liegen ja im Oldenburger Münsterland in zwei Landkreisen, die ja durch eine gemeinsame Geschichte eng verbunden sind. Und es geht immer wieder auch darum, herauszustellen, dass wir im Grunde eine gemeinsame Geschichte haben, aber dass wir über viele Bereiche auch hinaus arbeiten. Letztendlich sind wir eine Kulturregion, da sind wir ganz fest überzeugt, dass es immer wichtig ist, diese Gemeinsamkeit auch zu betonen. Wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, das kann man auch daran spüren, dass wir sehr viele gute, positive Rückmeldungen bekommen haben. Zum einen, weil das Thema, unter dem der heutige Münsterlandtag steht, Bildung, Schlüssel zur Integration, ein Thema ist, dass die Zeit passt, in diese Wochen passen, diese Monate passt. Und ich glaube, auch durch die Diskussion, die wir auf dem Podium gehabt haben, ist dieses Thema auch sehr bunt übergebracht worden. Ich glaube, insgesamt bin ich mit dem heutigen Vormittag gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Löhningen, Herrn Willen, sehr zufrieden. Danke sehr. Dankeschön.